Die Geschichte vom kleinen Stern, der träumte, ein Feuerwerk zu sein. In einem fernen Sternbild, Millionen von Lichtjahren von unserer Erde entfernt, lebte ein kleiner Stern namens Funkel. Anders als die Milliarden von anderen Sternen, die sich damit zufriedengaben, am Nachthimmel zu leuchten und in stiller Pracht zu funkeln, träumte Funkel von etwas Großartigem und Aufregendem. Er wollte mehr sein als nur ein Lichtpunkt im unendlichen Universum. Er wollte die Welt mit seinem Glitzern verzaubern, die Herzen der Menschen berühren und ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Nächte um Nächte beobachtete Funkel die Erde vom Firmament aus. Er bestaunte die funkelnden Städte, die wie Diamanten in der Dunkelheit leuchteten, die Meander den Flüsse, die wie silberne Bänder durch die Landschaft flossen, und die majestätischen Berge, die sich stolz in den Himmel erhobenen. Doch am meisten faszinierten ihn die Menschen. Er sah, wie sie lachten, tanzten und miteinander feierten. Er spürte ihre Freude, ihren Schmerz, ihre Hoffnung und ihre Träume. Und Funkel sehnte sich danach, ein Teil ihrer Welt zu sein, sie mit seinem Licht zu berühren und ihnen ein bisschen Magie in ihr Leben zu bringen. Eines Nachts, als Funkel auf die Erde hinab sah, erblickte er ein atemberaubendes Schauspiel. Ein Feuerwerk erhellte den Himmel mit einem Meer aus bunten Lichtern. Funkels Augen leuchteten vor Staunen. Er war fasziniert von den funkelnden Explosionen, die in tausend glitzernde Sterne zerplatzen. In diesem Moment fasste er einen Entschluss, das will ich auch. Ich will ein Feuerwerk sein, rief er voller Begeisterung. Die anderen Sterne im Sternbild kicherten über Funkels Traum. Sterne können keine Feuerwerke sein, sagten sie. Unsere Aufgabe ist es, zu leuchten, nicht zu explodieren. Doch Funkel ließ sich von ihren Zweifeln nicht entmutigen. In seinem Inneren brannte ein unbändiges Feuer der Leidenschaft. Er war fest entschlossen, seinen Traum zu verwirklichen, egal was es auch kosten sollte. Mit unermüdlicher Energie und Wissbegierde studierte Funkel alles, was er über Feuerwerke lernen konnte. Er verschlang Bücher über die Physik der Explosionen, die Chemie der Farben und die Kunst der Pyrotechnik. Nächte um Nächte verbrachte er damit, in alten Schriften zu wühlen, die Geheimnisse der Feuerwerkskunst zu entschlüsseln und eigene Techniken zu entwickeln. Unermüdlich experimentierte er in den Tiefen des Weltraums, wobei er achtsam darauf bedacht war, keinen Schaden an den umliegenden Sternen und Planeten anzurichten. Schließlich nach Monaten des unermüdlichen Lernens, Übens und unzähliger gescheiterter Versuche, glaubte Funkel, bereit zu sein. In einer klaren, sternenklaren Nacht sammelte er all seine Energie in seinem funkelnden Kern. Er nahm einen tiefen Atemzug, schloss die Augen und ließ los. In einem blendenden Lichtblitz, der den gesamten Kosmos für einen kurzen Moment erhellte, explodierte Funkel in einem Feuerwerk der Farben, das die kühnsten Träume aller Sterne übertraf. Ein Regenbogen aus Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett tanzte am Firmament, wirbelte in atemberaubenden Formationen und verzerrte sich zu mystischen Bildern, die die Fantasie der Zuschauer befügelten. Die anderen Sterne hielten den Atem an. Sie hatten so etwas noch nie gesehen. Funkels Feuerwerk war das Schönste, das sie jemals erblickt hatten. Es war eine Symphonie aus Licht und Klang, die ihre Herzen mit Ehrfurcht und Freude erfüllte. Auf der Erde jubelten die Menschen. Kinder rannten auf die Straßen, die Augen weit aufgerissen, und riefen vor Glück vor Lachen. Erwachsene hielten sich an den Händen und bestaunten das himmlische Spektakel mit offenen Mündern. Funkel hatte es geschafft. Er hatte seinen Traum erfüllt und die Welt mit seinem Glitzern verzaubert. Von diesem Tag an war Funkel nicht nur ein Stern am Nachthimmel, sondern eine Legende. Sein Feuerwerk war ein Symbol der Hoffnung und Inspiration, dass die Menschen daran erinnerte, nach ihren Sternen zu greifen, niemals aufzugeben und an die Kraft ihrer Träume zu glauben. Funkel bewies allen, dass selbst die scheinbar unmöglichsten Träumer wahr werden können, wenn man Mut, Ausdauer und ein bisschen Sternenglanz besitzt. Ende Du findest diese Geschichte interessant? Dann freuen wir uns über deinen Daumen hoch, Pick oder ein Teilen des Videos. Abonniere den Geschichtenboot. im